Herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Heute beschäftigen wir uns hier im Podcast mit dem Thema Sekundärdatennutzung in der Bildungsforschung. Warum sollte man diese Daten nutzen? Warum sie mit anderen Forschenden teilen? Was spricht dafür? Was sind Hindernisse? Ich bin Michaela Achenbach und zu diesen und anderen Aspekten spreche ich mit Nick Gerrit Hasche vom DIPF, dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. Er ist dort wissenschaftlicher Mitarbeiter am Informationszentrum Bildung und berät die Forschungsprojekte im Meta-Vorhaben DGEBF im Bereich Forschungsdatenmanagement. Hallo Herr Hasche, ich begrüße Sie sehr herzlich beim Podcast. Stellen Sie sich doch gerne kurz einmal selbst vor und erzählen Sie uns, was Sie im Bereich Forschungsdaten so machen. Guten Tag Frau Achenbach, vielen Dank für die Einladung. Wie Sie schon sagten, bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIPF in der Abteilung Informationszentrum Bildung. Dort bin ich hauptsächlich für das Meta-Vorhaben DGEBF im Bereich des Forschungsdatenmanagements zuständig. Das heißt, Projekte aus der Förderrichtlinie können sich mit Fragen rund um Forschungsdaten an mich wenden, wie zum Beispiel, wie lege ich einen Datenmanagementplan an, wie formuliere ich rechtssichere Einwilligungserklärungen und wie bereite ich meine erhobenen Daten für eine Sekundärdatennutzung auf. Können Sie uns das Meta-Vorhaben in Bezug auf Ihren Part noch etwas genauer vorstellen? Ja, gerne. Das ist ein vom BMBF geförschtes Rahmenprogramm, in dem ca. 50 verschiedene Forschungsvorhaben zur Digitalisierung in der Bildungsforschung. Und das in allen möglichen Bildungsbereichen, also angefangen bei der frühen Kindheit bis hin zur Erwachsenenbildung und Berufsbildung. Dadurch wurde sowohl an Kindergärten, allgemeinbildenden Schulen und Berufsschulen und auch an anderen Bildungseinrichtungen eine sehr umfangreiche Menge an Daten erhoben, also sowohl quantitativ als auch qualitativ. Und im Idealfall werden diese Daten anschließend zur Sekundärdatennutzung zur Verfügung gestellt, sodass andere WissenschaftlerInnen ebenfalls von diesen Informationen profitieren können. Was sind eigentlich Sekundärdaten? Also kurz gesagt verstehen wir unter Sekundärdaten eigentlich alle Daten, die man nicht selbst erhoben hat. Also es sind Daten, die von anderen Forschenden produziert und vermutlich auch schon bearbeitet wurden und anschließend der wissenschaftlichen Community zur Verfügung gestellt wurden, um damit selbst Forschung zu betreiben. Dabei kann es sich sowohl um quantitative Datensätze handeln, als auch um qualitative Daten wie Beobachtungsprotokolle, Audiotranskripte oder Videoaufnahmen. Warum sollte man Sekundärdaten in der Bildungsforschung überhaupt nutzen oder teilen? Was spricht eigentlich dafür? Die Antwort würde ich gar nicht mal nur auf die Bildungsforschung beziehen, da das Bereitstellen und die Nutzung von Sekundärdaten in allen wissenschaftlichen Bereichen Vorteile bringt. Zum einen leistet man als Datengebender einen Beitrag für eine offenere Forschungslandschaft und Open Science. Man ermöglicht anderen Wissenschaftlern den Zugriff auf die eigenen Daten und erspart ihnen natürlich Zeit und Geld, diese nicht selbst erheben zu müssen. Auch besteht immer die Möglichkeit, dass andere WissenschaftlerInnen aus den Daten Erkenntnisse ziehen, die einem selbst verborgen geblieben sind, woher auf die man gar keinen Fokus gelegt hatte. Insgesamt also kann das Datenpotenzial deutlich besser ausgenutzt werden. Und um auch nochmal auf die Bildungsforschung im Speziellen zurückzukommen, dort gilt die Schule natürlich als Hauptuntersuchungsobjekt. Das hat jedoch dazu geführt, dass Schulen kaum alle Forschungsanfragen stemmen können. Denn so eine Datenerhebung an der Schule ist auch immer mit Stress für die Lehrkräfte und SchülerInnen verbunden. Gerade jetzt infolge der Corona-Krise sollte man also versuchen, unnötige Erhebung zu vermeiden. Und genau darum ist es wichtig, Daten, die in der Schule erhoben werden konnten, auch zu teilen. Herr Hasche, die Projekte aus dem Metaforhaben DGEBF beispielsweise werden ja durch öffentliche Gelder durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Welche Konsequenzen hat das für die Datennutzung und die Datenweitergabe? Ja, genau. Studien, die vom BMBF gefördert werden, wie die DGEBF-Projekte, sind durch öffentliche Gelder gefördert. Und das hat zur Konsequenz, dass die Öffentlichkeit auch ein Recht auf diese Daten hat, die erhoben werden. Natürlich nur in dem Rahmen, wie der Zugriff unter Voraussetzungen des Datenschutzes gewährt werden kann. Gerade unter diesen Aspekten des Datenschutzes gibt es natürlich auch legitime Gründe, die gegen eine uneingeschränkte Veröffentlichung der Daten sprechen. Aber es gibt auch viele Bedenken, Gründe und Ausreden, die von Primärforschenden, also von den Datenproduzenten angeführt werden, die eigentlich leicht ausgeräumt werden könnten im Austausch mit einem Forschungsdatenzentrum oder mit dem Forschungsdatenbeauftragten, wie mir zum Beispiel. Welche Bedenken wären das? Zum Beispiel befürchten viele WissenschaftlerInnen, dass Forschende, die nicht in der Erhebung beteiligt waren, auch die Daten nicht richtig interpretieren könnten, weil ihnen der Kontext fehlt. Dabei sollte man eigentlich seine eigene Arbeit bei der Datenaufbereitung immer so gut dokumentieren, dass auch Externe die durchgeführten Schritte gut nachvollziehen können oder man selbst nach mehreren Jahren. Gerade bei qualitativen Erhebungen kommt dieses Argument öfter, dass dem Sekundärdatennutzenden der Kontext fehle, in dem die Daten erhoben wurden. Doch kann auch eben eine solche externe Perspektive auf qualitative Daten zu neuen Erkenntnissen führen. Am Ende sollte die Entscheidung, ob man was mit den Daten anfangen kann oder nicht, eigentlich bei dem Datennutzenden liegen. Bei anderen Daten sieht die Sache anders aus, wenn zum Beispiel sehr sensible Informationen erhoben wurden, die sich nicht ausreichend anonymisieren lassen. Aber auch da bieten viele Repositorien und Datenzentren Möglichkeiten an, die Daten nur eingeschränkt nachnutzbar zu machen oder unter strengeren Sicherheitsaspekten, sodass man zunächst mit dem Repositorium oder dem Forschungsdatenzentrum über diese Möglichkeiten sprechen sollte, bevor man die Datenveröffentlichung kategorisch ausschließt. Welchen Einfluss hatte die Covid-19-Pandemie auf die Sekundärdatennutzung? Gibt es dazu bereits aussagekräftige Befunde? Eigentlich hätten einige Kollegen von mir und auch ich vermutet, dass durch die Pandemie die Nutzung von Sekundärdaten gerade im Bildungsbereich stark steigen würde. Immerhin wurden Schulen vorübergehend geschlossen und standen nicht mehr für die Datenerhebung zur Verfügung. Und auch nach der Wiedereröffnung war die Erhebung an Schulen durch die Corona-Maßnahmen nicht immer einfach umzusetzen. Auch im DGEBF-Kontext haben wir mitbekommen, dass einige Datenerhebungen nicht wie geplant durchgeführt werden konnten oder sogar ganz abgesagt werden mussten. In einem kleinen Forschungsvorhaben zu diesem Thema haben wir Forschende zu ihrer Sekundärdatennutzung gefragt, aber dabei kam raus, dass wir unsere erste Annahme vorerst nicht bestätigen können. Es zeigte sich dort also noch keine gestiegene Interesse oder Nachfrage nach Sekundärdaten durch die Pandemie. Woran könnte das liegen? Das hat natürlich auch wieder viele Gründe. Zum einen gibt es immer noch Vorbehalte gegen die Nutzung von Sekundärdaten, weil man nicht so richtig glauben kann, dass es bereits bestehende Daten gibt, die Informationen zu der spezifischen Forschungsfrage liefern, die man jetzt gerade hat. Dabei kann man echt überrascht werden, zu wie viel verschiedenen Forschungsthemen bereits geforscht wurde und Informationen vorhanden sind, die man sehr wohl auch für seine eigene Fragestellung verwenden kann. Aber es stimmt natürlich, dass der Datenpool noch nicht so umfangreich ist, wie man ihn gerne hätte. Gerade im Bereich der qualitativen Forschungsdaten ist es aktuell oftmals noch schwierig, geeignete Daten für sein eigenes Forschungsvorhaben zu finden. Auch gestaltet sich die Suche nach diesen Daten oftmals schwierig. Es gab lange keine zentrale Seite, wo man mit dem Stichwort Suche nach den Informationen suchen konnte, die man brauchte. Doch seit einigen Jahren bietet der Verbund Forschungsdatenbildung dort eine sehr effektive und schöne Lösung. Die haben sich nämlich mit einem Netzwerk von verschiedenen Forschungsdatenzentren zusammengeschlossen, unter anderem mit GESIS und der IQB. Und dort ist es möglich, auf den gesamten Datensatz der dort hinterlegten Daten zuzugreifen, über die zentrale Seite des Verbundes. Und gerade im Bereich der qualitativen Daten entsteht dort eine recht große und immer größer werdende Datensammlung. Im Rahmen des Metaphorhabens Digitalisierung im Bildungsbereich, DGEBF, haben Sie mehr als 50 Forschungsprojekte aus unterschiedlichen Bildungsbereichen zum Thema Forschungsdaten-Nachnutzung beraten. Was konnten Sie den Projekten mit auf den Weg geben? Und wo gab es Unterstützungsbedarfe? Einer der wichtigsten Punkte, gerade zu Beginn der Projektlaufzeiten, war das Forschungsdatenmanagement. Das sollte am besten von Anfang an mitgedacht werden. Sprich, man sollte vor der Erhebung bereits Datenmanagementpläne oder Codierschemata erstellen und so weiter. Dabei kann es oft hilfreich sein, sich schon frühzeitig mit einem Forschungsdatenzentrum in Verbindung zu setzen. Denn die haben häufig bestimmte Aspekte und Kriterien, die erfüllt werden müssen für die spätere Veröffentlichung der Daten. Oft haben sie auch standardisierte Vorlagen, die man nutzen kann. Diese können gerade bei so wichtigen Punkten wie der Verfassung von rechtssicheren Einverständniserklärungen sehr nützlich sein. Darin kann tatsächlich später eine Veröffentlichung der Daten scheitern, wenn die Einverständniserklärung das nicht hergibt. Gerade in letzter Zeit, wo sich die meisten Projekte von DGBF auf der Zielgran befinden, bekomme ich häufig die Frage, wohin man seine Daten nun abgeben kann, damit diese archiviert und veröffentlicht werden. Dabei verweise ich in der Regel auch auf den eben schon genannten Verbund Forschungsdatenbildung. Über deren Website kann man die erhobenen Forschungsdaten zusammen mit den erstellten Kontextinformationen gesammelt hochladen und der Verbund überprüft diese dann. Anschließend leitet der Verbund die Daten automatisch an einen geeigneten Verbundpartner weiter, also an ein Forschungsdatenzentrum, die sich dann um die Kuratierung und die weiteren Schritte kümmern. Zum Schluss setzen die sich dann nochmal mit den Datengebenden in Verbindung und schließen einen Vertrag zur Veröffentlichung ab. Wo sehen Sie zukünftige Potenziale für Ihren Bereich? Das größte Potenzial sehe ich in den schon erwähnten Ausbau von bestehenden Forschungsdatenzentren und der Vernetzung von ihnen. Und natürlich auch in der steigenden Bereitschaft, aber auch der Verpflichtung, seine Forschungsdaten zu veröffentlichen. Somit wird sich auch in Zukunft die Suche nach gut geeigneten Daten vereinfachen und es wird eventuell auch irgendwann zum Standard, dass bei Projektbeginn zunächst nach bestehenden Daten gesucht wird, bevor man eine eigene Erhebung planen und durchführen muss. Herr Hasche, herzlichen Dank für das Interview. Den Zuhörerinnen und Zuhörern sage ich danke für Ihre Zeit und Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Bildung auf die Ohren.